Unser Vater Das Lied des Himmels bricht herein, berührt die Erde, macht uns ein. So, hallo, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, den wir hier feiern. Schön, dass ihr da seid. Und einen guten Morgen allen denen, die im Internet mit uns feiern. Einen guten Abend, die hier aktuell vor Ort sind. Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Und schön, dass wir das tun können hier im Rahmen unserer besonderen Woche, wie die Urgemeinde heißt es. Ich weiß nicht, ob die Urgemeinde so gelebt hat, wie wir jetzt hier und heute leben. Aber es ist eine besondere Erfahrung und da entsteht auch dieser Gottesdienst. Und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir wollen miteinander zuerst mal singen miteinander. Und zwar 10.000 Gründe. Komm und lobe den Herrn. Mit einem Loblied wollen wir den Auftakt starten. Komm und lobe den Herrn. Meine Seele, sing, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn und bete den König an. Ein neuer Tag und ein neuer Morgen. Und wieder bringe ich dir mein Lob, was heut vor mir liegt und was immer auch geschehen war. Lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. Komm und lobe den Herrn, meine Seele, sing, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn und bete den König an. Du liebst so sehr und vergibst geduldig. Schenkst Gnade, Prost und Barmherzigkeit. Von deiner Güte will ich immer singen. Zehntausend Gründe gibst du mir dafür. Komm und lobe den Herrn, meine Seele, sing, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn und bete den König an. Und wenn am Ende die Kräfte schwinden, wenn meine Zeit dann gekommen ist, wird meine Seele dich weiter preisen. Zehntausend Jahre und in Ewigkeit. Komm und lobe den Herrn, meine Seele, sing, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn und bete den König an. Wir wollen zum Anfang beten. Herr Jesus Christus, du lädst uns ein, mit dir Gottesdienst zu feiern. In deine Gegenwart zu kommen, uns von dir ansprechen zu lassen und du möchtest uns heute neu zeigen, wie sehr du uns liebst. Vielen Dank dafür. Herr, mach uns jetzt bereit, auf dich zu hören. Öffne uns die Ohren und die Herzen und hilf uns zu verstehen, was du jedem von uns persönlich sagen möchtest. Danke, Herr, dass du all deine Herrlichkeit zurückgelassen hast, dass du Mensch geworden bist und sogar einem Knecht gleich geworden bist. Danke, dass du dich so sehr erniedrigt hast, um für uns am Ende sogar ans Kreuz zu gehen. Herr, danke, dass deine Armut in dieser Welt uns reich gemacht hat. Wir haben freien Zugang zum Vater. Halleluja. In der Stille wollen wir dir jetzt sagen, wie einem Freund, was uns auf dem Herzen liegt. Dir sei alle Ehre, Jesus. Amen. Oh, preist den Namen. Ich denke zurück an Golgatha. Lasst uns das miteinander singen. Ich denke zurück an Golgatha, wo Jesus Blut und Leben gab. Sehe seine Wunden durch die Hand, mein Retter dort am Kreuzes stammt. In Tränen rum, mit Blut getränkt, in Josefs Grab wurde er gelebt. Die Tür versperrt mit schwerem Stein, Messias ist nur er allein. Oh, preist den Namen von Gott, dem Herrn. Oh, preist den Namen ewiglich für alle Zeit. Singen wir zu dir, O Herr, O Herr, mein Gott. Am dritten Tag im Morgenruf erhob er sich als Gottes Sohn. Die Macht des Todes ist besiegt, der König Christos Triumphil. Sein Sonnenglanz durchdringt die Nacht, wie er wird dich nun auch verstehen, um Jesus selbst einmal zu sehen. O, preist den Namen von Gott, dem Herrn. O, preist den Namen ewiglich für alle Zeit singen wir zu dir. O, Herr, O Herr, O Herr, mein Gott. Deine Liebe hast du offenbar. Als du für meine Sinn bestarrst, durch dein Blut hast du mich reingemacht und der Weg zu Gott ist frei. Alles Alte ist vergangenheit, wir sind von allem schon befreit. Dort am Kreuz gab die Liebe alles hin. Durch das Kreuz kann ich deine Gnade sehen. Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ich bin den Namen am Kreuz привет. Und der Weg zu Gottes Tod. Und der Weg zu Gott ist gesund. Alles Alte ist vergangenheit. Ich bin von aller Schuhe bereit. Dort am Kreuz gab die Liebe alles hin. Durch das Kreuz kann ich deine Gnade sehen. Du hast mich erlöst, der Todes besiegt. Nichts kann mich trennen von dir, weil du mich liebst. Du hast mich erlöst, der Todes besiegt. Nichts kann mich trennen von dir, weil du mich liebst. Du hast mich erlöst, der Todes besiegt. Nichts kann mich trennen von dir, weil du mich liebst. Du hast mich erlöst, der Tod ist besiegt, nichts kann mich trennen von dir, weil du mich liebst. Dort am Kreuz gab die Liebe alles hin, durch das Kreuz kann ich deine Gnade sehen. Dort am Kreuz gab die Liebe alles hin, durch das Kreuz kann ich deine Gnade sehen. Und wir haben uns heute ja hier getroffen und sind schon den ganzen Tag da und wir haben auch überlegt, wie machen wir das eigentlich mit der Predigt. Und es wird in diesen Tagen und in dieser Predigt drei verschiedene Stile auch von Predigt geben. Heute ist vielleicht eher eine klassische Predigt und morgen und übermorgen wird es aber ein bisschen anders, wo auch mehr Leute involviert sind. Das Thema von dieser ganzen Woche ist das Wort Gottes. Und heute speziell geht es um die Frage, wie das Wort Gottes Mensch in dieser Welt, in der wir leben, wurde. Und man kann ja erstmal fragen, was ist das Wort Gottes überhaupt? Und wir haben das heute Morgen auch überlegt und wir sind auf verschiedene Dinge gekommen. Was darf eigentlich Wort Gottes genannt werden? Uns ist eingefallen, wenn Gott am Anfang sagt, es werde Licht und dann wird es Licht, das ist irgendwie ein Wort Gottes. Oder wenn die Propheten im Alten Testament sagen, so spricht der Herr, auch das sind Worte Gottes. Oder manchmal gibt es auch diese Träume und Visionen und auch da kommen Worte Gottes vor. Und dann Jesus Christus, er ist das Wort Gottes, das Mensch wird. Dann die Verkündigung der Apostel, also wenn Petrus irgendwie aufsteht und anfängt zu predigen, auch da passiert irgendwie Wort Gottes. Oder dann auch das schriftliche Wort, die Bibel, auch das ist irgendwie Wort Gottes. Oder die mündliche Überlieferung, bevor die Texte aufgeschrieben wurden, auch das ist Wort Gottes. Und wir haben bemerkt, Wort Gottes ist irgendwie was ganz Vielfältiges. Also es gibt ganz viel, was irgendwie mit Wort Gottes zu tun hat und was auch Wort Gottes ist. Die spannende Frage, glaube ich, hinter diesem Thema Wort Gottes ist, wie teilt Gott sich eigentlich uns mit? Also wie redet Gott zu uns? Und dann auch die Frage, wie können wir Gottes Handeln in dieser Welt erkennen? Also wo sehen wir, dass Gott was tut und wo sehen wir es manchmal vielleicht auch nicht? Und ich glaube, dass wenn wir uns mit diesem Wort Gottes tiefer auseinandersetzen, also mit diesem Thema, dann wird es uns helfen, besser zu verstehen, wie Gottes Wesen ist, was er uns sagen will und wie er in dieser Welt handelt. Und ich glaube, wenn Gott spricht, dann geht es im Letzten immer darum, dass Gott uns, uns Menschen in eine gute Beziehung mit ihm führt. Und eine gesunde Beziehung zwischen Gott und Mensch sieht, glaube ich, im Endeffekt so aus, dass Gott geehrt wird und es uns Menschen besser geht, als es uns jemals irgendwo anders gehen könnte. Es windet ein bisschen. Und die Themenreihe diese Woche zum Wort Gottes, die hat fünf Punkte. Und was wir uns heute angucken, ist das Erste, wie das Wort Mensch wird. Das Zweite ist dann die Worte von diesem Wort Gottes. Also Gott wird Mensch, Jesus kommt auf die Erde und dann redet Jesus ja. Er lehrt, er gibt Worte weiter. Darum geht es dann morgen. Oder, wenn ihr jetzt online guckt, in der Woche. Das Dritte ist, wie der Heilige Geist diese Worte von Jesus in uns bewahrt und zur Geltung bringt. Und dann beim vierten Mal geht es um die Frage, wie diese Jünger von Jesus, also quasi seine Azubis, wie die eigentlich von ihm erzählen. Weil mit denen ist er ja super lang unterwegs. Und dann ist es ja spannend, mal zu gucken, wie reden die eigentlich über das Wort Gottes. Also wie reden die über Jesus. Und das Fünfte ist dann die Bibel. Das, was da alles geredet wird, das, was da passiert, hat seinen Weg in die Bibel gefunden. Und auch die Bibel ist das Wort Gottes. Und dann geht es um die Frage, wie können wir die Bibel als Wort Gottes lesen. Und wir fangen heute an mit dem Text in Johannes 1, Vers 1 bis 18. Und wenn ihr eine Bibel gerade zur Hand habt, dann dürft ihr die auch gerne aufschlagen. Ich lese mal Johannes 1, Vers 1 bis 5 vor. Da geht es darum, dass Gott die Welt schafft durch sein Wort. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Wenn man das liest, dann denkt man, glaube ich, direkt gleich mal an die Erschaffung der Welt. An den Anfang der Bibel auch, wo Gott die Welt schafft. Und dort sagt er zum Beispiel, es wäre der Licht, und dann wird es Licht. Aber ich glaube, wenn hier im Johannes-Evangelium die Rede ist, dass alles durch das Wort geschaffen wird, dann meint es nicht nur, dass Gott sagt, es werde Licht, und dann entsteht Licht, sondern es geht um dieses Wort, das auch eine Person ist. Und wenn wir diesen ganzen Text lesen, dann merken wir das, dass dieses Wort auch eigenständig handelt. Und im Griechischen meint Wort hier Logos, also eine eigenständige Größe. Und dieses Wort, dieser Logos, gehört zu der Kategorie Gott. Also er gehört nicht zu der Kategorie Mensch, sondern zu der Kategorie Gott. Das Wort war Gott. Gott war das Wort. Und jetzt, das hatten wir heute Morgen auch, und das möchte ich einfach kurz als Hintergrund erklären. Es gab zu der Zeit vom Neuen Testament solche Vorstellungen, die zum Mittel-Platonismus gehören. Das muss man nicht unbedingt wissen, was das heißt. Aber diese Leute haben sich gefragt, wie kann Gott, wenn er Geist ist, also wenn er nicht materiell ist, sondern Geist irgendwie transzendent, wie kann so ein Gott die Welt überhaupt schaffen? Denn die Welt ist ja irgendwie Materie und Geist und Materie, davon sind die ausgegangen, das passt irgendwie nicht zusammen. Und die Vorstellung war dann, dass Gott Ideen hat, also dass Gott sich was denkt. Und dann werden die Dinge, die wir jetzt hier sehen, sind dann quasi Abbilder von diesen Ideen, die Gott hat, und die werden durch den Logos verwirklicht, erschaffen. Und da war der Logos eben so eine Mittler, also der hatte eine Mittlerfunktion, um Dinge zu schaffen, weil Gott Geist ist und das selber gar nicht gemacht hätte. Also die Frage wird so beantwortet, dass Gott durch diesen Logos Dinge schafft. Er ist Geist und so kann er in die Materie eingreifen. Der Logos ist also ein Vermittler. Das ist ein Hintergrund für diesen Text. Aber, und das wäre jetzt für diese Philosophen, die so gedacht haben, eher ungewöhnlich, hier geht es jetzt darum, dass dieser Logos Mensch wird, also Fleisch wird, also dass er genau in diese Materie eben ganz einsteigt. Und damit geht es jetzt weiter, und da lese ich jetzt die Verse 6 bis 9 vor. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Hier, an dieser Stelle in dem Text, geht es ganz konkret um eine konkrete historische Person. Vorher war es ja eher ein bisschen abstrakter. Also so geht es um Licht, Finsternis, Anfang der Welt. Und jetzt setzt es aber ganz klar ein mit Johannes dem Täufer, wo man sagen kann, der hat zu der Zeit an dem Ort gelebt. Also da geht es genau um dieses Materielle, um die Geschichte. Und Johannes der Täufer, der wird an einer anderen Stelle als der Größte unter dem Propheten genannt, bezeichnet. Und das finde ich so schön, weil man vorher diese Reihe von Propheten sieht. Da gibt es ganz verschiedene Propheten in der Geschichte von Israel, und die sagen immer wieder Gottes Worte. Und als dann Jesus kommt, erkennen ganz viele, dass die Propheten schon auf ihn hingewiesen haben. Und Johannes ist sozusagen der Letzte in dieser Reihe, der dann auch der Wegbereiter für Jesus ist. Also diese ganzen Propheten, die bis zu Johannes eben gehen, die weisen schon auf Jesus hin. Und dann, an einem konkreten Ort und zu einer konkreten Zeit, kommt Gott in die Welt. Er ist der Wegbereiter für Jesus. Und es ist super spannend, dass Gott es macht, dass er Mensch wird, weil er lässt sich da ja auf die Bedingungen, in denen wir leben, ein. Und ich habe da mal ein paar überlegt. Also zum Beispiel so Körperlichkeit. Also Gott wird Mensch und dann hat er auf einmal Bedürfnisse. Also er muss zum Beispiel aufs Klo, er hat Durst, er schwitzt manchmal, er hat manchmal mehr Kraft und manchmal weniger. Und er ist auch zum Beispiel ortlich begrenzt. Also wenn man halt so wie wir als Mensch lebt, dann kann man halt nicht in diesem Moment hier sein und gleichzeitig an einer anderen Stelle. sondern man ist auf einen Ort irgendwie begrenzt und man ist auch verletzbar. Also es gibt Menschen, die schlagen anderen Menschen irgendwie die Köpfe ein und dann passiert da was. Vorher konnte man Gott nichts anhaben, aber jetzt, wenn er Mensch wird, dann ist er auch verletzlich. Oder denkt mal an Sprache. Wenn Gott Mensch wird, dann lässt er sich auf Sprache ein. Jesus kommt und erzählt irgendwelche Sachen und dann ist voll möglich, dass man ihn falsch versteht. Also er sagt vielleicht A und die Leute sagen, er hat B gesagt. Oder man kann ihm vielleicht sogar nachsagen, dass er was ganz anderes gesagt hat. Also man kann ihn absichtlich auch falsch verstehen. Oder denkt mal an die Zeit. Also Gott lässt sich auf Zeit ein. Da gibt es auf einmal Momente, die verstreichen, dann sind sie weg. Oder die Zeit begrenzt uns ja auch. Also wie viele Aufgaben könnten wir erledigen am Tag, wenn es keine Zeit gäbe? Also dann hätten wir da eigentlich erstmal kein Limit, wenn man so denkt. Und auch darauf lässt Gott sich ein. Und dann, das fand ich auch noch spannend, auch wenn man Mensch ist, dann gibt es ja so verschiedene Altersstufen. Und normalerweise ist es ja so, dass jüngere Menschen auch sich den Älteren unterordnen. Und das ist eigentlich spannend, dass Jesus, also Gott kommt in die Welt als Jesus und Jesus ist dann da und dann ordnet er sich ja zum Beispiel seinen Eltern unter. Also Gott folgt auf einmal, zum Beispiel Maria und Josef in dem Fall. Also auf all das lässt er sich ein. Und dann noch das Gesetz. Es wurde ein Gesetz gegeben von Gott und Gottes Gesetz ist ein gutes Gesetz und es überführt aber halt auch von Sünde. Und Paulus sagt mal, dass das Gesetz auch dazu führt, weil es was verbietet, dass es irgendwie so eine Begierde auslöst. Und in diese Welt, wo dieses Gesetz herrscht, geht Jesus jetzt rein. Paulus sagt, er ist unter das Gesetz gekommen. Also all das sind Sachen, auf die lässt Gott sich hier ein und wird Mensch. Und wir lesen jetzt weiter, Johannes 1, Vers 10 bis 13. Er war in der Welt, Es ist eigentlich spannend, dass Gott sich auf all das einlässt, dass er jetzt in die Welt kommt und dann kommt diese Reaktion. Also Gott kommt in die Welt und dann wird er erstmal auch abgelehnt. Es ist nicht einfach so, dass ihn alle irgendwie mit großer Freude empfangen, sondern da gibt es auch eine Ablehnung. Da gibt es einerseits eine Ablehnung und andererseits gibt es eine Adoption. Jesus kommt in sein Eigenheim und ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, aber man kann es ja mal probieren. Also wenn man heimkommt und man zum Beispiel Kinder hat und man kommt in sein eigenes Heim und war eine Weile nicht da und dann kennen einen die Kinder zum Beispiel nicht mehr. Wie wäre das? Oder wie ist es für Jesus, wenn er in die Welt kommt, die durch ihn geschaffen wurde, durch ihn als das Wort und jetzt nehmen ihn die Seinen nicht auf. Also er kommt in das, was ihm gehört, was durch ihn geschaffen wurde und die Seinen nehmen ihn nicht auf. Er kommt extra in diese Erscheinungsform von einem Menschen und jetzt wird ihm nicht mehr geglaubt, dass er Gott ist. Das ist ja schon auch ein bisschen paradox. Und dann andererseits aber, und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum Jesus in die Welt kommt. Und es steht hier so schön, dass er denen, die in seinen Namen glauben und die aus Gott geboren sind, das Recht gibt, Kinder Gottes zu werden. Also einerseits ist da diese Ablehnung und andererseits ist Jesus selber aber derjenige, der da die Möglichkeit schafft, dass Leute adoptiert werden als Kinder Gottes. Also Menschen können in die Familie von Gott kommen. Und wenn man an dieses aus Geist geboren oder neu geboren denkt, dann fällt einem vielleicht das Gespräch von Jesus und Nikodemus ein. Nikodemus ist so ein Pharisäer und der kommt irgendwann nachts zu Jesus und hat so seine Fragen. Und in diesem Gespräch, das steht in Johannes 3, Vers 5 und 6, sagt Jesus, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Und das ist jetzt spannend, dass Jesus ja von Gott, Gott der Geist ist, in die Welt kommt. Also sich einlässt auf dieses Fleisch, also auf das Materielle, auf die Welt, wie wir sie kennen. Und er macht es aber, damit die Menschen, die dort leben, jetzt neu geboren werden können aus Geist. Also dass sie in diesen Geist reinkommen, dass sie Geist werden auch. Und das bedeutet, Jesus kommt in die Welt, damit er Menschen zu Gott führen kann. Das ist das, was das bedeutet. Wir lesen weiter, Verse 14 bis 18. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach. Dieser weiß, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden. Denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn bekannt gemacht. Das Wort wird Fleisch und wohnt unter uns. Und im Griechischen steht ein Wort, das man auch mit Zelten übersetzen könnte. Also Gott kommt und zeltet auf dieser Welt oder in dieser Welt und wohnt hier. Und da möchte ich direkt eine andere Bibelstelle noch dazu vorlesen, weil man dieses Zelten eben mit der Stiftshütte beim Volk Israel vergleichen kann. Also dieses Zelt, das die Israeliten mit sich sozusagen herumgetragen haben und wo sie Gott begegnen konnten. Ich lese aus 2. Mose, Exodus 33, Vers 7-11. Mose nun nahm jeweils das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager für sich, und nannte es Zelt der Begegnung. Und es geschah, jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers hinaus. Es geschah auch, so oft Mose zum Zelt hinausging, dann standen alle Leute auf, und sie traten jeder an den Eingang seines Zeltes und sahen Mose nach, bis er in das Zelt hineinkam. Und es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen. Und der Herr redete mit Mose. Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen. Und das ganze Volk erhob sich, und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er, Mose, ins Lager zurück. Ich finde, wenn man dieses Bild als Hintergrund hat für diese Textstelle, finde ich das richtig schön, weil hier Mose und auch die Israeliten zu diesem Zelt gehen, um Gott zu begegnen. Und dann steht da, dass Mose dort mit Gott redet wie ein Freund. Also wie zwei Freunde reden sie dort miteinander. Und wenn Jesus als dieses Zelt in die Welt kommt und Gott hier zeltet, dann kann man, glaube ich, das genau als dieses Bild auch verstehen. Wir können zu Jesus gehen und durch Jesus können wir mit Gott reden wie ein Freund mit dem anderen. Und so ist Jesus wie dieses Begegnungszelt für uns. Und ich glaube, dazu kommt Jesus in diese Welt, dass er Gnade und Wahrheit schafft, dass er uns das ermöglicht. Und das ist auch am Ende von diesem Text, da möchte ich jetzt zum Schluss noch kurz darauf eingehen, ein kleiner Unterschied zwischen zwei Dingen, nämlich zwischen dem Gesetz und der Gnade und Wahrheit. Da steht, das Gesetz ist gegeben. Also Mose hatte dort am Berg Sinai irgendwie eine Gottesbegegnung. Gott hat ihm die zehn Gebote und auch die anderen Gebote gegeben. Und dann hat er das vermittelt an das Volk. Und die hatten da was schriftlich. Das wurde gegeben. Und jetzt kommt Jesus aber in die Welt. Und die Gnade und die Wahrheit, da steht nicht, die werden gegeben, sondern sie sind geworden. Und ich finde es spannend zu überlegen, warum ist hier dieser Unterschied? Was bedeutet das? Ich glaube, dass es bedeutet, dass Jesus diese Wahrheit schafft, dass er sie bewirkt und dass er genauso die Gnade bewirkt. Welche Wahrheit bewirkt er? Die Wahrheit, dass Menschen den Sohn Gottes, als er auf die Welt kommt, als er in die Welt kommt, dass sie ihn kreuzigen aus Mangel an Erkenntnis, weil sie ihn als Gott gar nicht erkennen. Da wird eine Wahrheit deutlich über die Menschen und über Gott. Und dann aber auch diese Wahrheit, dass der Sohn in die Welt kommt und dass er sich hingibt, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Und wir können am Kreuz erkennen, dass Gott uns liebt. Ich glaube, das Kreuz ist der beste Ort, wo wir sehen, dass Gott uns liebt. Und wenn wir das manchmal nicht mehr wissen, dann können wir aufs Kreuz gucken. Da wird Gottes Liebe deutlich. Und Jesus schafft diese Wahrheit, indem er ans Kreuz geht und uns zeigt, dass Gott sich für uns hingibt, dass er für uns was macht. Und dann die Gnade, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist die Gnade, die Jesus schafft, die er bewirkt und die er uns schenkt. Was können wir also mitnehmen von diesem ersten Teil, von dieser Themenreihe zum Wort Gottes? Dass durch dieses Wort Gottes alles geschaffen wurde und dann dieses Wort Gottes Fleisch wird und dass Gott sich auf die Bedingungen unserer Geschichte einlässt, mit allem, was dazugehört. Und dass er zu einer konkreten Zeit und an einem konkreten Ort Mensch wird, dass er sich auf eine bestimmte Kultur, eine Sprache, auf ein bestimmtes Denken einlässt. Und das ist die gleiche Geschichte, in der wir leben. Also wenn wir vielleicht manchmal den Eindruck haben, Gott ist irgendwie fern von uns, dann stimmt das, finde ich, nicht ganz, weil er genau in der Geschichte, in der wir leben, auch schon da war und auch immer noch da ist, aber das ist dann für den nächsten Predigten. Und Gott wird dann eben Mensch, um diese Gnade und um diese Wahrheit zu schaffen. Und darin zeigt sich Gottes Liebe zu uns. Und manche Menschen, die nehmen dieses Wort Gottes an und manche tun das nicht. Und ich möchte euch einladen dazu, dass ihr Gott in eurem Leben auch so zelten lasst. Dass Gott in eurem Leben diesen Platz hat und dass ihr euch von ihm immer wieder zeigen lasst, welche Liebe er für euch hat und welche Hingabe er für euch hat. Amen. Wir singen das nächste Lied gemeinsam. Wasser wird Wein, Blinde sehen. Wasser wird Wein, Blinde sehen. Und wird vermehrt Arme gehen. So bist nur du, Herr, du allein. Licht scheint in dunkelster Nacht. Armen wird Hoffnung gebracht. So bist nur du, Herr, du allein. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker, befreier, so bist nur du. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, Gott, unser Heiler, starker, befreier, so bist nur du. Wasser wird Wein, Blinde sehen. Mond wird vermehrt Arme gehen. Gott, unser Heiler, so bist nur du, Herr, so bist nur du, Herr, so bist nur du, Herr, Licht scheint in dunkelsten Nacht. Armen wird Hoffnung gebracht. So bist nur du, Herr, Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker, befreier, so bist nur du, Herr, Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker, befreier, Gott, unser Heiler, so bist nur du, Herr, und steht uns Gott zur Seite, was kann uns jemals hindern? Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen? Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns jemals hindern? Und steht uns Gott zur Seite, was kann uns widerstehen? Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker, befreier, so bist. Nur du, Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker, befreier, so bist nur du. Wir wollen zusammen für Bitte halten. Herr, danke, dass wir mit all unseren Anliegen vor dich kommen können. Du hörst uns und willst das Beste für uns. Wir bitten für diese Welt, die an vielen Orten durcheinander gekommen ist. Herr, schenk allen Verantwortungsträgern Weisheit, um mit all den Herausforderungen gut umzugehen und Ressourcen gerecht zu verteilen. Herr, in dieser Zeit, in der viele Dinge weggebrochen sind und sich neu sortieren, hilf du uns, Prioritäten in deinem Sinne zu setzen. Zeig du uns, was wirklich wichtig ist und hilf uns, einen klaren Blick auf die Welt um uns und unsere Umstände zu haben. Zeig uns, wie du die Welt und all die Menschen um uns siehst. Herr, wir wünschen uns deinen Blick. Wir bitten auch für unsere Gemeinde. Herr, wir wollen deine Werkzeuge in dieser Welt sein. Schenk uns Liebe für diesen Ort, für unsere Familie, für unsere Freunde und unsere Feinde. Und lass du dein Licht durch uns leuchten. Wir wollen dunkle Orte durch dein Licht hell machen. Und Herr, du weißt auch um dunkle Orte in jedem einzelnen von uns. Komm du auch dort mit deinem Licht hin. Schenk du Trost, schenk du Heilung, neuen Mut, Vergebung, vielleicht einen Menschen zum Reden oder was es sonst gerade braucht. Herr, danke, dass du durch deinen Geist ganz nah kommst. Und gemeinsam wollen wir beten mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als Info laden wir herzlich ein zu unseren weiteren Gottesdiensten. Jeden Sonntag auf unseren Kanälen, entweder hier, Erzingen, Schemberg oder auch in Endingen laden wir herzlich ein zu unseren Online-Gottesdiensten. Und im Sommer, auch an den Sonntagen im August und bis in den September hinein, auch zu den Gottesdiensten, Präsenzgottesdiensten, also real und vor Ort von unserer Sommerpredigtreihe. Prospekte gibt es dazu im Pfarramt oder wo auch immer einfach Leute ansprechen. Das wären die Infos. Die ganze Welt soll hören. Die ganze Welt soll hören, wie gut du zu uns bist. Wie groß und grenzenlos doch deine Gnade ist. Und ich singe, du bist gut und ich tanze, denn du bist gut und ich rufe laut. Du bist gut, du bist gut, du bist gut zu mir. Und ich singe, denn du bist gut und ich tanze, denn du bist gut und ich rufe laut. Du bist gut, du bist gut zu mir. Nichts kommt dir jemals gleich, niemand ist so wie du. Der Himmel und das Meer rufen dir jubelnd zu. Und ich singe, denn du bist gut und ich tanze, denn du bist gut. Und ich rufe laut, du bist gut, du bist gut zu mir. Und ich singe, denn du bist gut und ich rufe laut, du bist gut, du bist gut zu mir. Das ist mein Herzentschein und alle sollen es hören. Du bist gut, du bist gut. Und ob die Sonne scheint oder der Regen fällt, du bist gut. Du bist gut, du bist gut. Und ich singe, denn du bist gut und ich tanze, denn du bist gut. Du bist gut und ich rufe laut, du bist gut, du bist gut zu mir. Und ich singe, denn du bist gut und ich tanze, denn du bist gut und ich rufe laut, du bist gut, du bist gut zu mir. Ja, absolut hochspannend. Wir haben diesen Gottesdienst gelandet. Super. Ein schönes Erlebnis. Vielen Dank an alle, die beteiligt waren, alle, die besucht haben, mitgefeiert haben. Wunderbar. Und auch jetzt wollen wir in die neue Woche und in den Abend, in den Morgen, wo auch immer, wie auch immer, wollen wir gehen unter Gottes Segen. Lasst uns einfach Gottes Segen empfangen. Und der Herr, der Herr, der Herr, der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen. Schön, dass Sie mit uns gefeiert haben. Eine gute Zeit.